Findest du mich eigentlich schön? Na prima. Weißt du, was ich mir manchmal vorstelle? Dass ich zaubern kann. Also ich stelle mir vor, dass ich etwas will. Ganz doll. Und das passiert dann, weil ich es mir vorstelle. Wie diesen Kronkorken bewegen. Kennst du Houdini? Wen? Harry Houdini. Einer der größten Zauberer der Welt. Es gibt keine Zauberei. Nur Illusion. Die Dinge verändern sich nur, wenn wir sie verändern. Aber man muss es geschickt tun. Im Verborgenen. Dann wirkt es wie Zauberei. Woher kannst du das? Ich komm aus der Zukunft. Du bist cool. Nee, ich bin Mikkel. Hallo Mikkel, Junge aus der Zukunft. Ich bin Hanna. Ich komm aus. ٌ